Es ist der Inbegriff eines Traumschlosses und Sehnsuchtsort für Millionen von Touristen. Schloss Neuschwanstein in der Nähe von Füssen. Auch ich möchte es mir anschauen und nehme euch mit in die Märchenwelt des Bayernkönigs Ludwig II. Dank meiner 360-Grad-Kamera könnt ihr das Schloss selbst erkunden. Auf meinem Rundgang entscheidet ihr, was ihr sehen möchtet. Setzt eine VR-Brille auf oder bewegt euer Smartphone. Wenn ihr am PC sitzt, zieht den Bildausschnitt mit der Maus in die Richtung, die ihr anschauen wollt. Der menschenscheue König Ludwig II. von Bayern ließ Schloss Neuschwanstein Mitte des 19. Jahrhunderts errichten, um sich in seine Traumwelt zurückziehen zu können. Ludwig hatte seine Schlösser am liebsten für sich allein. Was wäre das für ein Albtraum für ihn gewesen, wenn schon damals so viele Touristen sein Schloss besichtigt hätten. Er selbst verbrachte hier nur 172 Tage. Für den Bau hatte sich der König stark verschuldet. Mit Eintrittsgeldern aber konnte die fehlende Summe nach seinem Tod schnell beglichen werden. Zu besichtigen gibt es beispielsweise den Thronsaal. Der prunkvolle Raum sieht aus wie eine byzantinische Kirche. König Ludwig verstand sich als Mittler zwischen Gott und der Welt. Genauso beeindruckend ist der Sängersaal. Als Bühne für große Konzerte wurde er damals allerdings nie genutzt. Die Räume der Dienerschaft zeugen von Ludwigs Begeisterung an Erfindungen seiner Zeit. So ließ er den neuesten Schrei der Technik einbauen. Eine elektrische Klingel, Warmwasserleitungen und Telefone. Mit Schloss Neuschwanstein wollte König Ludwig II. das Ideal einer mittelalterlichen Ritterburg erschaffen. Entstanden ist ein Märchenschloss, das Gäste von überall her in seiner Traumwelt willkommen heißt. Gott, die Verbrechtung ist. Erf Infrastruktur Blusion 1. 8. 9. 8. 21. 22. 15. !